Oh, schon tot! Jawohl! So, wo ist ein zweiter Freund? Okay, Prophet, los, los, los! Go, Prophet! Oh, shit! Ja, ja, ja! Leck mich! Scheiße! Na los, Prophet, nach vorne, nach vorne! Ja, komm, Prophet! Wirst du wohl endlich kommen? So, jetzt regenerier da, du Fascho! Mann, bist du ein Habasch, ey! Maximale Panzerung! Shit! Jawohl! F5! Geht doch, Prophet! So, jetzt wo? Dadurch! Maximale Panzerung! Die Brücke! Wir müssen über die Brücke! Tja! Und wie willst du da drüber gehen? Wie stellst du dir das vor, du verdammter Idiot? Ha! Wie willst du denn da hochgehen? Mein Anzug verliert Energie! Geben sie mir den Kumpel! Ja, hier oben ist Feuer! Komm! Kar rüber! Mein Anzug verliert zu viel Energie! Ja, ich bin ja schon da! Mein Gott, ey! Komm, los! Ah, Prophet! Ich hasse dich! I just hate you! Komm näher da! Komm! So, wenn er 100 hat! So, F5! Gut! Jo, machst du auch wieder Feuer, Kleiner! Wo? Ja, los! Komm! Ich bin ja schon oben, du Idiot! Komm schon! Alter Schwede! Werden wir evakuiert? Oder sind das die Aliens? Ich denke mal, das sind Aliens. Wow! Na los, Prophet! Ja, ich bin dran! Okay! Ah! Haha! Komm schon, Prophet! Oh! Halleluja! Halleluja! Oh Gott! Prophet! Prophet, Prophet, Prophet! Boah, bist du mir gerade auf den Sack gegangen, ey! Das gibt's ja nicht! So! Exodus! Gerne! Gerne! Maximales Tempo! Maximale Panzerung! sind Sie das Raptor Team? Wir hätten nicht gedacht, dass sie es schaffen! Haben Sie einen meiner Jungs gesehen? Da drin ist es 200 Grad kalt! Da drin ist es 200 Grad kalt! Da lebt nichts mehr! Zumindest nichts menschliches! Was ist da drin los! Was ist da drin los? Was sind das für Teile? Wüsste ich auch gern! Wo ist der CO? Sergeant Keegan, er ist da drin! Idaho Command, hier ist Sergeant Keegan! Wir werden überrannt! Er bitte sofortige Exfiltration! Hier unten ist die Hölle los, Sergeant! Wir können nicht noch einen Vogel riskieren! Wir müssen unsere Verbundeten ausfliegen! Stoßen Sie durch das Tal zum Evakuierungslager vor! Verstanden, Major! Ein Ghostgewehr! Oh yeah! Schön Sie zu sehen, meine Herren! Wir sind wohl auf uns gestellt! So eine Hightech-Rüstung wäre toll gewesen, als das Eis kam! Ich habe Befehl, diese Männer zum Evakuierungslager zu bringen! Die Insel wird geräumt! Sir, noch mehr feindliche Einheiten! Stellung in der Eltern! Wir haben Gott gelegt! Oh man, was zum Glück! Oh yeah! Come on, buddy! Ist da noch ein großer? Oh ne, nicht schon wieder, oder? F5, los! Nicht auf mich schießen! Okay, komm schon, komm schon, komm schon! Ah, Mann! Komm näher! Komm näher! Schaut euch das an! Das da ist die Sphäre! Alter, das Ding ist riesig! Komm schon, oh Mann! Oh, tolle Deckung! Das war ne tolle Deckung! Oh! Das ist gut, wenn du hier unten bleibst, buddy! Das ist gut! Ja, na los, Kumpel! Jawoll! So springt der Hase! Den töten wir auch gleich da drüben! Ah, ist schon tot! F5! Hinten, hinten! Oh mein Gott! Ich nehm' den großen! Komm schon, ohhallah! Ja, das ist scheiße! Okay! Okay, wo ist er? Na los, oh shit. Shit, 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 shit. F5. Gut gemacht. Oh, Unterstützung. Toll. Wo muss ich hingehen? Hier rein? Okay. Ha, yeah. Ich bekomme ein MG. Woo. Hell yeah. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Atom, hinter uns. Hinter uns. Toll. Hat sich jetzt einen erwischt? Feind auf 2 Uhr. 12, das ist vorne, oder? Feuer, erwähnen. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, la, 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 la. Ist das einer? Ne, der ist kaputt. Boah, 56% Schaden schon. Ist das da drüben ein Tornado? Ich bin getroffen. Wir stotzen ab. Schnell, sie holen auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben hier ein Signal aus dem abgestürzten Senkrechtstarter. Lieutenant, stellen Sie es durch. Meide, meide. Hört mich jemand. Ich bin Elena Rosenzau. Sie sind da, oder? Ja, ja, ja. Ich muss stehen hier. Sehr gut. Oh mein Gott. Gehen wir, gut. Oh nein. Hallo, hol ich mich hier raus. Jawoll. Musst du genau auf mir draufsterben, du kleiner Wichser. Ja, ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Alter. Alter Mann, was soll das? Ja, weißt du. Bisschen unbegrenzte Munition wäre nicht schlecht. Mann, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben hier ein Signal aus dem abgestürzten Senkrechtstarter. Lieutenant, stellen Sie es durch. Meide, meide. Hey, hört mich jemand. Sie sind immer raus. Achtung, Luft angeblich. Boah. Schwingen Sie Ihren Pinter zur Absturzstelle, no more. J-Sock möchte, dass wir die Zivilisten da rausholen. Ich schicke Ihnen eine Maschine, die sie abholt. Alles klar. Okay. Oh mein Gott. Raus da. Da ist die Absturzstelle. Gehen wir. F-5. F-5. Wollt mich hier raus. Höppen Sie durch. Wir sind unterwegs. Huah. Oh. Ein Speicherpunkt. Wie schön. Maximale Panzerung. Okay. Da sind noch mehr von denen. Wir müssen jetzt Helena Rosendahl finden. Oder beziehungsweise retten. Ihr habt es da vorne sicher schon gesehen. Sie wird umringt von zwei von diesen hübschen Dingern. Maximales Tempo. Ich hoffe, die haben uns noch nicht gesehen. Bitte. Ja, halt die Fresse. Ich sitze in der Falle. Nein, der Pilot ist tot. Maximales Tempo. Auslösung. Okay. Oh oh. No chance for you. Oh. Komm schon. Geh drauf. Ist es abgestürzt? Nein. Ja, jetzt ist es tot. Jawohl. Und tschüss. F-5. Maximale Panzerung. Hier ist er. Wo? Da, 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 da. Wuhu. Helena. Und du? Bist du tot? Nee. Helena, ist sie okay? Ich sitze in der Falle. Halle, die Tür geht nicht auf. Ich rieche Benzin. Bitte, holen Sie mich hier raus. Nomad, halten Sie die auf. Ich hole sie aus dem Wrack. Okay, okay. Wow. Nomad, halten Sie mir diese Dinge ab dem Hals. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, wenn ich die nicht sehe. Ach, da. Wow. Ja, ich würde gerne runtergehen, aber ich muss ja diese Dinge dir vom Hals halten, du. Also manchmal, Prophet. Also, und da schießt noch alle drei auf mich. Alle drei auf mich. Wieso gleich drei? Wieso drei? Ich geh jetzt hier hinten in Deckung und baller von hier hinten drauf. Drei Stück, Alter. Sag mal, geht's noch, Crytek? Geht's noch?